Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf dem Reviewed Kanal. Mein Name ist Implex und heute spielen wir mal... Entschuldigung. Ey. Heute spielen wir OneBlock in dieser wunderschönen Welt hier, die aus nur einem einzelnen Block besteht. Ja. Das soll eine Videoreihe werden. Wir sind heute zu fünft. Dabei sind Pascal, SmileyBlock, Gianni, Finn, Shadow und ich halt natürlich. Guten Tag. So. Hallo. Ja, ihr könnt alle Hallo sagen, wenn ihr wollt. Ja, hallo. Krach. Ich baue mal den Tag. Oh, direkt runter. Ey, Planes, Grat und Holz. So, wir haben einen schönen Starter-Chest mit schönen Holzblöcken. Das ist viel Brot drin, das ist viel Brot drin. Nicht, äh, Leute. Ich nehme jetzt zwei Brot. Nichts. Nichts, äh, irgendwie abbauen. Und zwei Karotten. Ey, ihr seid so dumm. Was? Ach Leute, ihr steht hier im Weg, ich muss die Map erweitern. Guck, ihr nehmt euch jetzt mal die Erde-Blöcke und das mal die Insel erweitern. Warum hast du schnell einen Block? Äh, ich, äh. Irgendeinen Block. Einmal hier einen Block ab. Auch nicht hier einen Block ab und dann einfach mal runterknüpfen. Gib mir mal einen Block. Warte eben, warte eben. Genau, genau, genau. Du machst es schon. Perfekt, ich hab unten, ich hab unten. Okay, gut. Unter dem ist jetzt ein... Oh, so. Das arme Schaf. Nichts, Achtung, passt auf, aufpassen. 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 Aufpassen, ne, Leute. Achtung, hier. Aufpassen, an der Seite. So, ich mach schon mal, äh, kurz ne Werkbank. Ich hab schon eine. Äh, hast du eine, wo ist hier? Ja, die ist hier. Ich mach hier kurz mal ne Chest. Also hier können wir dann... Wir haben ne Chest, wir haben ne Chest. Wir haben ne Chest. Ja, hier, hier ist auch noch einer. Egal. Mal auf, die ganze Zeit zu schlagen. Sorry, da kann ich doch nichts machen. Halt das doch einfach gedrückt. Ja, mach ich ja. Ja, dann gib verschiedenem Spieler an. Also, zum Beispiel mir, äh, die Schaufel. Und je nachdem, was für ein Block kommt, kann derjenige halt das... Also. Gib mir mal bisschen Holz, da kann ich die Insel erweitern. Äh, bisschen Dings, da kann ich die Insel erweitern. Also, alles Holz, was ich habe, legt in die Truhe. Ich mein jetzt nicht das Holz, ich meinte das die Erde, aber okay. Geh mal kurz die Schaufel. Legt das alles Erde, was ihr habt, mal in die Truhe, bitte. Ich hab, ich hab ein Setzling. Ich hab ein Setzling. Ich bin gleich wieder, ich bin gleich wieder da, Leute. Ja, super. Der Zimmer hat diese 6 Erde drin. Ich denke, das reicht erstmal hier, von der Größe. Würde ich auch sagen. Implex rennt immer vor mir rum. Ey, jetzt warte, dann haben wir es nicht. Lass mich mal hin. Lass mich mal hin. Warte, nicht das Schaf runterschutzen. Auf keinen Fall. Aber direkt einen Schaf bauen. Warte, ich mach kurz einen Zaun. Warte, ich mach kurz einen Zaun. Ja, mach, mach. macht. Ja, alles Holz, was wir kriegen können, brauchen wir, ne? Ja, ich mach kurz einen Zaun. Achtung, geh mal da weg. Oh Gott, ist der Schaf lebensmüde oder so? Natürlich, sieht man ihn doch. Komm da rein, Schaf. Ey, mach zu, mach zu, mach zu, mach zu. Und noch ein Schwein ist, komm, so, komm, hier ist noch ein Schwein, hier ist noch ein Schwein. Jetzt haben wir, äh, ein Plexhut. Warte, 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 warte. Ey, lass, wir kennen dich. Ich kill dich kurz. Wir haben ein Schwein, schau mal. Ja, scheiße. Komm hier nicht ran. Was ist denn da? Jetzt, okay, jetzt. Gut. Hier ist ein Schwein, wir sperren das in den Schaf, okay? Ja, warte, 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 hier. Rein da, rein da, schnell, 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 schnell. Wir machen einen Zuchtbetrieb, schnell und jetzt raus. Nein, nicht weg. Nimm doch einen Zauntor oder so. Oh, ja, nice. Oh, noch ein, noch ein Schaf. Rein da, rein da, rein da. Ja, schade. Wir haben viele Schafe. Scheiße. Stein. Komm, rein da, rein da. Nein, schiebst du nicht runter, schiebst du nicht runter. Das auch? Das mach, mach auch. So, rein, reinschieben, reinschieben. Hast du ein Zauntor? Ja, ich hab ja ein Zauntor hier, so. Nice, okay. Ey, wir haben noch Schwein. Das sollten wir ein bisschen Spaß an sein, das sollten wir anbauen, das bekommen wir so schnell nicht nochmal. Wir werden jetzt massenviele Haltung machen. Ja. Ich mach uns vielleicht noch ein bisschen größer hier. Ähm, hier, 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 hier. Haben wir schon Wasser? Nee, noch nicht. Nee, nee, Wasser. Stimmt, wir brauchen unbedingt eine Kaktus fahren. Wasser, wir haben Wasser, wir haben Wasser. Ja, ja, geh mal kurz. Nö, nice, nice, nice. Wo, wo? Und ein Ei. Kaktus. Äh, tut das erstmal alles in die Kiste rein, nur nicht spawnen, nicht spawnen, nicht spawnen, nicht spawnen. Geh mal, geh mal kurz das Wasser. Äh, geh mal ganz kurz. Einer, bitte. Ähm, gib mir mal einer, bitte, die Kaktus, den Kaktus. So, ich geh mal kurz hierhin. So. Wasser, perfekt. Ich brauch Erde. Hat jemand Erde? Ja, ich hab 27, du. Haas. Ja, geh mal her. So, ich brauch's oder? Weizen, 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 Weizen. Nicht Weizen, 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 sondern Eisen, 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 Eisen. Eisen, 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 Eisen. Schieb mal einer die Kuh. Schnell, 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 schnell. Boah, schon fällt hier. Oh mein Gott. Noch ein Schwein. Was sind die, Alter? Wir haben zu viele Tiere. Ja, ist halt so. Man kann das doch so machen, dass die dann von selbst da reingehen können, wenn sie wollen. Äh. Ja, indem wir da halt Blöckchen bauen, aber das ist halt so. Oh, wir haben Birkensetzling, Leute, wir haben Birkensetzling. Ich baue Erde. Bitte, alle Erde her. Sehr wichtig. Mach mal, komm mal her, äh, Pascal. Nein, nein, schnell, 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 weil hier hinten ist der Birkenbaum und die Blätter werden davon runterfallen, wenn der... Warte mal, könnt ihr mir mal einen Wassereimer geben, wegen der... für die Wasserquelle? Könnt ihr mir mal einen Eimer geben? So, der Zaun wird jetzt größer gemacht, mir reicht's. Besser ist das. Schweine wollen nicht in ihren Stall rein. Oh, der Schwein ist endlich reingelaufen. Also, ich werde hier jetzt das Wasser runterlaufen lassen, ich weiß nicht, ob das dann immer noch eine, äh, unendliche Wasserquelle ist, bin ich mir nicht sicher, kenne ich mich nicht aus. Ja, ist es. Oh, wo ist Johnny? Also, der muss das nicht runterlaufen lassen, eigentlich so. Eins, zwei... Nein, lass mal, lass mal, lass mal, das machen wir dann mit Bruchstein. Wenn wir Bruchstein haben, machen wir das. Warum sind die Tiere so depressiv? Hä? Das ist so ein absoluter Massentierhaltung, warum sind die wohl depressiv? Da rein, Mann. Ich spiel's nicht. Geht er hoch, ja. Ja, 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 nice. Ja, komm, rein, 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 rein. Geht hupsen. Cool. Nice, wir haben's. Wir haben's. Yes, endlich, endlich haben wir's. Ich will zwei Weizen mal bitte kurz. Wir haben's nur einmal geschlagen. Einmal. Nur einmal geschlagen? Bring mal runter wegen Hunger. Wo ist's? Oh, nice. Ja, endlich. Endlich, und es ist Nacht. Was ist jetzt Nacht? War eine Spitzhacke, wo ist die Spitzhacke? Wir haben genug Scharfer. Weißt du, was ist das Schaf ertrinken? Wir haben genug Scharfer, warte, warte, warte. Ich hab' nur einen dritten Stein. Nur einen einzigen, egal, was für eine Art. Egal, was für eine Art. Achso, egal, was für eine Art. Okay, Kobbel Deep Slate hier. Ich hab' Kobbel Deep Slate. Danke. Oh, nein, nein, nein. Oh, nice. Haben wir genug Eisen? Haben wir genug Eisen? Ich hab' keine Eisen, weiß nicht. Ich hab' einen Eisen. Ich hab' ein einziges. Das hab' ich in die Truhe gelegt. Okay, dann wird's nicht bringen. Dann müssen wir's also. Ich hab' ein Bruchstein. Ich habe keinen Bruchstein. Warum habt ihr diesen flöden Dings da reingepackt? Alles Bruchsteine ist ja ab, gib mir mal bitte. Ja, ja, ja. Also alles Bruchstein. Also alles Bruchstein. Oh, vier. Perfekt. Wir brauchen noch einen. Nur einen Kobbel Deep Slate. Ich will einfach drei Steine, damit ich eine Steinpickaxe haben will. Oh, die Spinne. Lass die Spinne auch in der Massentierhaltung haben. Ja, klar, genau. Ja, bestimmt. Kann man mal einer Dings geben? Äh, äh, hier, Hake. Na, Hake. Ich brauch Kohle. Ich hab' keinen, nicht genug Stein. Kann man ja mal bitte mehr Kohle geben. Haben wir schon einen Ofen? Nee. Nee, haben wir nicht. Aber gib mal bitte kurz Kohle. Gebt mir mal bitte allen Steinen, den ihr habt. Ja, ich mach' einen Ofen, warte. Achso, du hast schon genug Stein. Oh, ich hab' es. Ja. Wir haben noch gar kein Eisen gekriegt. Ich hab' die ganzen Sachen bekommen. Warte mal, ich leg' die hier rein. Oh, Skelett, 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 Skelett. Lass das Skelett als Haus dir nehmen. Nein, nicht runterschmeißen. Wir können noch, wir können noch, äh, Dings bekommen. Wir können die, wir können die Knochen. Ja. Oh, wir haben drittes Eisen, wir haben drittes Eisen, wir haben drittes Eisen. Wer hat drittes Eisen bekommen? Nice, nice, nice. Das dauert sowieso ewig. Wir haben viertes Eisen. Wir haben viertes Eisen. Nice, tu rein da. Wo ist das ganze Eisen her? Hau rein, ha rein. Achso, ich hab' ein Eisen eingesammelt, deswegen. Soll ich mir ein Gear davon nehmen und mir ein, ein, ein Ding ins machen? Einen Schallplattenspieler? Ach, was macht ihr das denn mit Kohle? Wir können das so mit Holz befeuern. Schallplattenspieler klingt überhaupt nichts. Schallplattenspieler machst du, wenn wir total überflüssig viele Tierars haben. Wer Bruststein, Diebstelate, irgendwas hat, äh, der... Gib mir mal alles an der Erde, was ihr habt. Ich kann alles, was roh ist, noch braten. Schnell, gib mir irgendwas an, wenn ihr was rohes habt. Ne, was rohes habt. Wir brauchen schnell die Eisenpicke. Äh, haben wir noch nicht. Eisenpicke, Eisenpicke, Eisenpicke. Warte, warte, warte. Warum machst du das? Nein, das ist doch hässlich. Nein. Hast du die Eisenpicke? Wenn du sie hast, gib sie mir bitte. Das, das, also, es ist nicht hässlich, aber es ist nicht funktionierlich. Ja, das ist nicht so gut. Ja, sehr gut. Oh, sorry. Sorry, tut mir leid, war nicht mit Absicht. Hat wer noch Erde? Ähm, ich hab 43 Stück liegen alle jetzt hier drin. Ja, einfach rein, einfach rein die Erde. Lava, wir haben Lava. Wir können Koppelgenerator machen. Ja, das mach ich gleich, alles gut. Ja, ja, mach das, aber mach das, mach das, warte, 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 mach das mit irgendwas, wo wir zu viel davon haben. Hat wer eine Schaufel? Ich hab eine Holzschaufel. Ah, dann ist wieder da. Ja, darf ich die haben, danke. Hat wer Deep Slate? Hat der Deep Slate oder Chester? Ach, Bruchsteinschiefer auf Deutsch. Bruch... Bruchsteinschiefer? Ja, Bruchsteinschiefer. Zur Hölle ist das, Junge? Zum Glück hab ich mein Spiel auf Englisch. Könnte irgendwer vielleicht mal eine neue Truhensortierung mitmachen oder so? Noch ein Lager bauen oder so? Ja, also ich würde erstmal die Insel ein bisschen erweitern noch. Hier ist jetzt ein Kabelgenerator. Okay Leute, das war's mit dem ersten Part von OneLock. Der zweite Part wird dann wahrscheinlich noch irgendwo anders kommen, zum Beispiel bei Shadow. Shadow sagt, er kann nicht garantieren, dass er es auf YouTube hochlädt. Auf jeden Fall streamt er aber gerade auf Twitch. Das heißt, ihr könnt es dann noch auf Twitch hinterher noch schauen. Ja, genau. Ich verlinke auf jeden Fall von allen, die hier sind, die Kanäle, sofern sie einen haben. Ja, dann könnt ihr bei mir noch ein Like da lassen und ein Abo und schaut auf jeden Fall auch bei den anderen vorbei. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao, ciao.